Peter Maffay. Groupies haben mich nie interessiert. Faszination und Desinteresse am eigenen Ruhm. Der deutsche Rockmusiker und Schauspieler Peter Maffay mit bürgerlichem Namen Peter Alexander Mackay ist ein Synonym für Erfolg und Beliebtheit. Seine Musikerkarriere erstreckt sich über fünf Jahrzehnte und sein Erfolg scheint nicht nachzulassen. In einem offenen Gespräch gab der deutsche Superstar zu, dass er trotz seiner enormen Berühmtheit nie ein Interesse an Groupies entwickelt hat. Geboren 1949 in Brasov, Rumänien, begann Maffay seine Musikkarriere in den 60er Jahren und wurde schnell zum Teenager-Idol. Dank seines Talents und seines markanten Erscheinungsbildes konnte er auf eine begeisterte Anhängerschaft zählen. Aber er schaffte es auch, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Prominenten seiner Zeit. In einem Interview verriet er, der Rummel um mich, Groupies und all das hat mich ehrlich gesagt nie interessiert. Ich habe es immer unnötig gefunden, mich in diese Welt hineinziehen zu lassen. Maffay betonte, dass er zwar mit Applaus und Zuneigung seines Publikums sehr dankbar umgehen konnte, jedoch das Chaos, das oft mit dem Rockstar-Leben einhergeht, vermied. Immer hat er seine Prioritäten anders gesetzt und betonte, Musik war für mich immer ein Weg, mich auszudrücken, nicht um berühmt zu sein. Andere Dinge im Leben waren für mich immer wichtiger, wie Familie und Freundschaften. Trotz seiner langjährigen Karriere hat Maffay nicht nur Fame und Geld gesucht, sondern vor allem den Wert und die Bedeutung von persönlicher Zufriedenheit und Lebensqualität. In der Musikbranche, die oft vom Exzess und der Zurschaustellung geprägt ist, ist Maffay eine Ausnahme. Der Musiker blieb fest auf dem Boden, engagiert sich seit vielen Jahren für soziale Zwecke und zeigt damit eine beeindruckende Demut und Menschlichkeit. Er gründete beispielsweise die Peter-Maffay-Stiftung, die traumatisierten und benachteiligten Kindern hilft. Maffays Einstellung zum Ruhm und den damit verbundenen Extravaganzen zeugt von einer aufrichtigen Ehrlichkeit. Natürlich gibt es Momente, in denen du dich schätzt und die Aufmerksamkeit genießt, aber im großen Ganzen betrachtet ist es unwichtig. Am Ende des Tages bin ich nur ein Mensch, kein Gott. Im Laufe seines Lebens musste Maffay lernen, wie man den Druck aushält, ständig im Rampenlicht zu stehen. Anfangs war es sicherlich nicht einfach, wie er zu gibt, aber mit der Zeit hat er gelernt, damit umzugehen. Du musst lernen, deine Privatsphäre zu schützen und deutliche Grenzen zwischen deinem öffentlichen und persönlichen Leben zu setzen, erklärte er. Seine bescheidene Herangehensweise an seinen Status und Erfolg ist für viele seiner Fans überaus inspirierend. Es ist klar, dass Maffay sein eigenes Konzept von Ruhm und Erfolg hat, das er seit jeher verfolgt. Für ihn war der Erfolg nie Selbstzweck, sondern eine Möglichkeit, auf der Bühne Emotionen auszudrücken und mit seinem Publikum in Kontakt zu treten. Mir geht es in erster Linie um die Musik und um das, was sie bei den Menschen bewirkt. Die Energie und Freude, die sie in Konzerten oder beim Hören meiner Alben spüren, das ist es, was für mich zählt, sagt Maffay. Wenn ich sehe, dass mein Tun einen Unterschied macht, dann ist das für mich wertvoller als jedes Groupie oder irgendeine andere Form von Ruhm. Peter Maffay hat durch sein aufrichtiges Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz einen bemerkenswerten Eindruck in der Musikwelt hinterlassen. Und obwohl er als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker aller Zeiten gilt, hat er nie vergessen, dass das Wichtigste im Leben nicht Berühmtheit oder materieller Erfolg, sondern menschliche Beziehungen und persönliches Wohlbefinden sind. Autorin Anita Farke, Mittwoch, 15. Mai 24.